ok so ringkonsole und dann ab geht's ich hätte eigentlich gerne noch menschen doch gecraftet aber this is not possible currently out of service please try again later in den extra ich bin sofort bei euch ich cover deinen rücken ich bin sofort bei euch ich fand die blume war nicht so schön ich finde das ist das bessere hier ist offen viel die radis hat sich verpisst so ein richter niklas macht die da ja okay zweimal lila einmal rot ja sehr schön wir müssen halt nach rechts ich würde so gerne da man die box aber das lassen wir wir sind hier im replikator wir müssen glaube ich zu dir dann hinter dir rechts rechts hinter dir kommt was hoch ok hier hier kommst du kannst runter kommen zu mir jo komm ich 81 brauche hilfe 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 der slow ist ein solo ist ein solo nice stark sofort rassen danke shit's auf weg hier steht hier steht ja ich hätte auch noch eins gehabt fantastisch ich hab mir hier einfach mal noch alles genommen was drin ist ok der fuse ist fucking 1 hp elzer das problem ist wir müssen den oben auf dem weg gehen äh aus dem weg gehen wir spielen eigentlich realistisch auf dem zweiten platz das gute ist wir können hier oben wir können wir können unter die sliden wir können unter die sliden das jetzt ja wobei das recht rum gehen ja das rechts rum ich versuche die rechts rum zu flanken einer noch letztes team drei gegen zwei noch einer noch letzter der rennt weg letzter jetzt hier rüber letzter Ich glaube ich kriege keinen Ruin mehr heute, ich glaube das muss ich mir abschminken, eine Runde danach. Nein, du verstehst es nicht Niklas, das ist Reverse Psychology. Psycho, egal. Sind wir uncontested ja, ne? Ja, ich hab mal wieder die Lücke im System gefunden, easy. Darauf erstmal ein Bierchen. Ich stink eigentlich gar kein Alkohol. Hier rechts. Ja, wir hatten jetzt Wurzinger. Hier hinten, bei den Boxinger, rot. Ja, da darf man das mal third party. Ja. Ja, goddammit, das war jetzt natürlich richtig schlecht von mir. Ja, ich hab sie nur für drei getroffen irgendwie. Okay, die Worte, okay. Ich bin noch wie ein Mäbchen. Hä? Wir machen das richtig dörren, mittlerweile. Hab einen genockt. Wo? Da hinten? Hier unter uns, unter uns. Hier. Schnell. Schnell. Lade meine Schilder auf. Flügel ausfahren. Peile mich. Paar ohne Sekunde. Und wohl zum. Gott, hier hinten. Und ich bin einfach zu be... Achtung, Leone, du stehst kein Blöden. Vor mir. Digga, dumm, einfach dumm. Ja. Achtung, ich glaub da pusht sogar noch mal einer hin. Achtung, da fliegen welche. Schön, wo es schützt sich... Oh, der ist so low. Du da. Auch noch mal 20 oder so, glaub ich war das. Warte, komm mal her, Laurie. Und da war. Weiter gibt's. Einer. Was? Borgi ist tot. Noch ein Borgi. Hä? Liegt da hinten schon genockt. Okay. Achso, leul. Jetzt hab ich's verstanden, was passiert ist. So, will ich wahrscheinlich sitzen, dass unter uns jetzt irgendein Team hochpusht? Ja, ein Team ist... Am Blue Container. Am Blue Container ist einer gerade. Ja, aim ich ab. Der wird wahrscheinlich gleich hinvorkommen. Ja, ich seh ihn an der rechten Seite. Ammo break. Ah, fuck. Warum ist der so scheiße gelaufen? Wär der normal logisch gelaufen. Ich glaub das ist immer hängen geblieben. Dadurch ist er abgebrochen. Ja, ich geh einfach mit. Vor uns, vor uns, vor uns. Sie schießen auf das Team, vor uns. Hier. Okay. Okay, dann müssen wir die fighten für Positions. Na, ist stark. Ich geh nach vorne. Vollgas. Distanz close. Ähm, den hast du genockt? Weißt du noch? Das ist ne Rampart. Oh, das ist richtig. Das ist das du von vor uns, das ist das du von vor uns. Ich bin nicht weggefinisht. Ich geh zu den Bäumen hier. Ich mach ammo swap da dran. Okay. Ähm. Ich hab sie, ich hab sie. Ja, okay. Ich geh sofort wieder zurück. Ja, ich geh wieder zurück zu unserem Spot. Noch zwei Spots. Lass mich jetzt nicht. Hier oben? Da ist gerade einer noch. Ja. Lass jetzt rein. Jetzt oder nie. Ich geh jetzt zum Stein und spiel den Stein. Ja, wir müssen rein. Wir müssen rein. Unter. Fast Ammo-Prag. Muss backen. Fast Ammo-Prag. Muskels-Bubble liegt hier gleich. Muskels backen. Muskels backen. Hint dance, Hint dance hier. Ja. Alles gut, wir sind zwei Ticht. Keines ist mehr... Keines ist mehr... Ja. Keines von denen ist ruhig, glaub ich. Achtung. Rechts von uns. Da an der Senke ist er, glaub ich, drin. Da ist ein Bogen-Stern. Der Ring ist mehr aus. Nur noch... Hinter uns ist ein Ballister. Ballistik gewesen, hier. Ja. Hier unten rechts unter mir. Ja. Zu dieser Stelle hier. Ähm, hat irgendeiner noch Nails? Hier unten reinwerfen. Ja. Wenn ihr welche habt. Wohl, 100 geh-hitted. Der ist noch ein Busch. Team Wipe. Zurück, 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 zurück. Das war der letzte. Ein. Ein. Eine reinige drücken Schaken. Sind sie closed? Von mir. Schlussbetten? Ja. Der Ballistik ist auch... Nice, stark. Ja, es war so klar, dass der, wenn der hinter uns steht, dass der, äh, in dem Moment pusht. Ja, klar. Da war halt der richtige, die richtige Sache halt wieder direkt hoch zu gehen, ne? Absolut. Ja, klar, was willst du sagen? Ja, dann looten wir. Ja, alles. Zwei Winstreak, der zwei. Ich hab die, die Rampart 25, die hat die Barrikade gemacht, hatte gerade bett in der Hand. Ich geb der 25er Hit und sie ist tot. Nein. Einfach tot ist er.